Theodor Hoffmann ist ein ehemaliger Offizier der Volksmarine, zuletzt im Dienstgrad Admiral. Er war Minister für nationale Verteidigung der DDR und Chef der NVA. Leben Hoffmann arbeitete 1949 bis 1951 in der Landwirtschaft und war 1951 bis 1952 hauptamtlicher Pionierleiter. 1952 wurde er Matrose der Seepolizei. Er besuchte die Offizierschule der Volkspolizei See in Stralsund und trat 1956 der SED bei. Bis 1959 war er Kommandant eines Torpedoschnellbootes. Von 1960 bis 1963 besuchte er die Seekriegsakademie der Sowjetunion und schloss dort sein Studium als Diplom-Militärwissenschaftler ab. Anschließend bekleidete er verschiedene Führungsfunktionen in der 6. Flottilie der Volksmarine Von 1971 bis 1974 war er Chef der 6. Flottilie im Range eines Fregattenkapitäns. Danach wurde er zum stellvertretenden Stabschef für operative Arbeit im Kommando Volksmarine berufen und 1977 zum Konteradmiral befördert. 1985 wurde er stellvertretender Chef der Volksmarine und Chef des Stabes. 1987 erfolgte die Ernennung zum Chef der Volksmarine im Rang eines Vizeadmirals. Vom 18. November 1989 bis zum 23. April 1990 war er im Rang eines Admirals als Nachfolger Heinz Kesslers Minister für nationale Verteidigung. Danach bekleidete er bis zum Vorruhestand am 24. September 1990 die Kasekunden für ihn und die Übergangszeit neu eingerichtete Amt des Chefs der NVA unter dem Minister für Abrüstung und Verteidigung Rainer Eppelmann. Hoffmann engagiert sich seit 2012 als Vorsitzender eines Traditionsverbandes der NVA und der Grenztruppen der DDR. Auszeichnungen 1984 Vaterländischer Verdienstorden in Brosse Scharnhorstorden Werk Das letzte Kommando Ein Minister erinnert sich ES Kommando Ostsee vom Matrosen zum Admiral ES ES